Beckenboden, mittlerweile Gott sei Dank endlich in aller Munde und nicht mehr ein Thema, wo man so verschämt zur Seite schaut. Denn es hat nicht nur, oder er hat nicht nur einen massiven Einfluss auf ein gutes Sexleben, sondern er ist auch dafür verantwortlich, dass es beim Husten oder Niesen nicht in die Hose geht. Der Beckenboden lag oder liegt in diesem kleinen Becken und war früher, darum wählte ich zuerst die Vergangenheit, als wir noch im Vierfüßlerstand waren, nur als abdichtende Muskelplatte eingeplant. Durch den aufrechten Gang trägt er nicht nur all unsere Organe, sondern je nach Gewicht tatsächlich auch Jahre oder Jahrzehnte massiv eine Last, die diese Muskelplatte regelrecht schwächen und überdehnen kann. Ein Grund für einen schwachen Beckenboden kann also nicht nur eine Geburt oder eine Schwangerschaft sein, auch massives Übergewicht, ein Raucherhusten, den Raucher oftmals gar nicht mehr merken, kann zu einer Überlastung und einer Schwächung des Beckenbodens führen. Außerdem leider, wie so oft und bei fast jeglichem Bindegewebe, das Alter. Wir beschweren uns immer, wenn der Trizeps nicht mehr ganz so fest ist. Der Beckenboden jedoch hat eine noch größere Bedeutung, was die Gesundheit angeht. Ganz wichtig unter anderem auch die Haltung. Denn diese Muskelplatte bei circa drei, je nach Größe und ob Mann oder Frau, bei zwei oder drei Öffnungen unterbrochen und da dieses kleine Becken bei einer Frau deutlich größer ist, da ein Kindskopf ja eben gegebenenfalls durchpassen sollte, hat leider fast immer eine Frau eher die Tendenz, an einer Beckenbodenschwäche zu leiden als ein Mann, was aber nicht heißt, dass ein Mann nicht auch dringend einen starken Beckenboden haben sollte. So, viele werden es vielleicht wissen. Ich zeige euch drei Übungen und diese drei Übungen sind ganz schnell erklärt. Das heißt, Loch Nummer eins wird geschlossen. Am besten die Augen dann auch schließen zum verbesserten Visualisieren. Ihr seid auf der Toilette und ihr wollt diesen Harnstrahl unterbrechen. Das heißt, in dem Fall, ob Mann oder Frau, Strahl unterbrechen auf fünf zählen. Also eins, zwei, drei, vier, fünf und locker lassen. Das Ganze machen wir zehnmal. Machen wir jetzt nicht gemeinsam, das schafft ihr alleine. So, das hintere Loch beispielsweise, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Montezumas Rache. Irgendwas passt nicht und ihr seid aber auf einem öffentlichen Platz und denkt euch, oh mein Gott, es darf nicht in die Hose gehen. Und ihr schließt, auch das wäre praktisch, ein hinteres Loch verschließen und wieder gemeinsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf und lösen. So, das Ganze auch wieder zehnmal. Was immer am schwierigsten ist, ist der Beckenboden, der aus drei Schichten besteht, unterschiedliche Fasern hat, das wollen wir hier gar nicht erläutern. Aber wir können auch die Mitte ansteuern, indem wir einfach sagen, okay, wir haben ein Loch eins, wir haben hinten Loch zwei und in der Mitte wollen wir es jetzt anheben. Das gelingt den Herren immer besser als den Damen, aber ihr hebt wortwörtlich etwas an oder versucht es. Und auch hier, eins, zwei, drei, vier, fünf lösen. Auch das, das Ganze quasi wieder zehnmal. Was jetzt lustig ist, das Ganze geht noch besser, wenn ihr regelrecht auf ein Handtuch sitzt, egal ob Mann oder Frau, und jetzt sozusagen durch den Druck des Handtuchs diese Löcher nochmal anders ansteuert und auch das Schließen definitiv besser geht. Ihr könnt jetzt vor euch hinschmunzeln, Fakt ist, es klappt besser und ihr solltet es ausprobieren. Ich habe noch den letzten Tipp, wenn ihr in Rückenlage seid, ihr legt euch hin, ihr stellt die Beine auf, dann sehe ich immer wieder Beckenbodenübungen mit angehobenem Po. Bitte tut das nicht. Für Beckenbodenübungen sollte das Gesäß extrem locker sein. Ihr legt euch auf den Boden, ihr stellt die Beine auf, ihr lasst den Po am Boden und auch hier einfach nur dieses Drei-Übungs-Loch schließen, Mitte anheben. Die Atmung lasst ihr einfach laufen oder fließen. Das Ganze geht lustigerweise auch im Auto, in der U-Bahn, in der Straßenbahn. Dabei gerne versuchen, den verklärten Blick ein bisschen auszuschalten. Aber Beckenbodentraining lebt von der Regelmäßigkeit. Das heißt, einmal die Woche wäre zu wenig. Irgendwann mal diese zwei Minuten am Tag einplanen. Hätte viele, viele Vorteile. Ich erwähnte sie schon am Anfang. So, wollt ihr aktivere Tipps haben, also so ein bisschen mehr andere Muskeln stärken oder kräftigen oder Vorträge, bitte abonniert den Kanal oder gebt mir auch hierfür gerne den Daumen nach oben. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet.